Moin moin Freunde, heute wieder zwei Runden von der neuen Map, hoffe das Video gefällt euch. Kommentar, Like und Abo für den Algorithmus, damit wir die 100.000 Abos noch dieses Jahr voll machen können. Gruß und Kuss. Ich würde mich wirklich gerne mal wissen, wie es geht. Jaaa. Japanes, die Merde. Oh, das ist gar nicht gut. Wir gehen halt quasi ein bisschen zu ergänzen. Okay, wir haben der Beste. Das ist ja so ein Scheiß-Radar-Tremmer. Warte mal, wenn er noch dahinter ist, bin ich mein, oh. I am mine, Flauten. Drohne? Warum dauert das denn so lange, bis die Drohne hier kommt, oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, ich bin kein Aim-Isses. No Aim-Isses, no Fun. Ich finde sie ganz okay, Digga. Aber ich spiele die ganze Zeit ohne Team. Immer nur mit Randoms und irgendwie auch beißes nur mit einem Random. Ist ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, als Team rockt die. Oder kann die schon Spaß machen. Ist halt mal was anderes. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ach, cool. Ich finde, man kann sie spielen, oder, Chat? Sagt mal. Eint, wenn ihr auch findet, es hätte schlimmer kommen können und, Digga, guck mal, wir sind jetzt, wir spielen jetzt eh nicht mehr allzu lange hier im Warzone. So. Wir nehmen's halt mit, so. Wisst ihr, was ich mein? Rebirth, Yantik, der sogar, glaub ich's verstanden, dass das jetzt hier irgendwie so ein Wechsel kommt, Digga. So, ist doch okay. So. Doch, ist doch okay. Könnte das schlimmer sein. Wir spielen noch ein bisschen. Auch entspannt. Next block ist wieder Rebirth drin, dann wieder this. Taktaktakt. Und dann ist auch schon bald das neue COD da. Guitja ist great. Was? Weinbrotel, was kann ich damit machen? Hallo, Andy Bullittrack? Okay, man. Easter Egg. Das ist ja gerade die Thron-Tauben schießen. No aim assist. Ich habe den Fallschirm auf. Aber er fällt gut, aber... Was ist denn da? Die Waffe ist ja völlig fast. Kann das sein, dass die irgendwie stärker ist fast als davor? Was ist denn da? War der Lauf davor auch schon so gut? Nee, oder? Vega, wo ist mein Teammate hin? Will er mich verarschen? Warum schießt er jetzt das scheiß Otto auf mich? Was ist denn da? Ja, Mann, dude. Ich lasse jetzt die Runde nicht so ein. Ich habe wieder so eine gute Runde. Das ist alles nicht wahr. Das ist alles nicht wahr. Noch mal ein anderes Team hier. Das kann alles nicht wahr sein. Ja, ich war hier noch nie. Ich habe halt nicht mal Selfie weit, ne? Das ist der Todesfall. Guck mal. Genau, dass das nicht passiert, verstehe ich nicht, warum man nicht einfach automatisch... Das ist so grunenlos, ne? Automatisch die Platten aufnimmt. Und Platten faschen die eh schon am Boden liegen. Irgendwann... Verstehe ich's. Alter, das ist so grün. Boah. Was sehe ich jetzt? Was will ich sehen, Freunde? Hey, Tumofaster, wir gehen durch den K. Komm, 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 komm. Da hab ich so ein gutes Pfeil mir noch den gehabt. Aua. Ist ja heil, oder? Warum höre ich ihn nicht? Oh, er saß da. Ich wusste mich immer nur aufs Dock kommen, Trätsch. Wie kann er diesen Sturz überleben? Es ist unfassbar. Er fällt von 20 Meter. Jetzt macht er selfless und rennt weg. Die anderen zwei sind so richtig tief hoch. Der Stunt rechts Das ist wieder hier Das andere ist direkt vor dir Boah lau der sitzt da Hör es auf Ergern mal Ey meine Waffe wechselt sich einfach Meine Waffe wechselt sich einfach Nicht schon wieder so Das ist aber Ergmack Ja ich den hätte sogar getötet Das war so traurig Ich hab wieder so rüber noch gesheerbt Ich hab die perfekte Imp-Angle Natürlich hab ich gekauft, wenn man sich nicht ausgespielt Egal Wie heißt die E-Mails? Ja Ich hab die E-Mails Hallo Raubelität, was ist das hier? Was ist das hier? Ich hab die E-Mails Das gibt's nicht mehr So nehmen wir mal zurück Die E-Mails Oh Warum ist das? Fährt er ganz woanders Make the set for airstrike This is Felix 3, strike inbound Wo? Direkt hin Ey das kann nicht sein Dass ich wieder den Rücken gefassen hätte Klasse da Also ich suche, ich markiere hin zu markieren Er ist da reingegangen Wir sind da Wir sind jetzt Wurzeln Versteigend Ich bleibe Wurzeln Wie ist das? Maundec Maundec Was ist das Ding? Ich bin der Bedeutung. Ich bin der Bedeutung. Was? Was? Small caliber here. Enemy UAV action. Hits the red fire. Hostile eliminate. Positive IDs on the bounty target. F**k no. Nice. Tobi hat 2 natürlich. Oh, der hackt doch, oder? Last Hockey, der hackt doch, oder? Ja, der hackt. UAB getting fired. Oh, er liegt viel linker. F**k no. Kannst du den Heisen sehen? Ich versuch gerade hier den jetzt f**chen. Das ist der Tieter, ne? Gleich direkt. Ach, tschüss. Ach, tschüss. Er ist tot, er ist tot. O. Nerv in, nee, nee. Mann, ey,... Guck mal, ob ich irgendwo nicht da bin. Der ist... Ihr seid, geht. Der kommt jetzt vor dir. Aus, T-T-T. Hint der hier. Hint der, acht der. Hint der, acht der, schnappt. Wie geht es denn? Sein, Schreie. Was war der auf, D.V? Wer auf der Typ in meinen Runden ist, da kannst du ja auch nicht ausdenken. Der Schmitzler-Typ hat gecheatet. Untertitelung des ZDF, 2020